Hallo liebe Phoenix-Kollegen, liebe Phoenix-Gäste, mein Name ist Conny von der Phoenix-Reiseleitung auf unseren Hochseeschiffen. Ja, wie wir alle wissen, hat Corona uns immer noch in die Knie gezwungen. Wir können immer noch nicht auf Reisen gehen, die Schiffe liegen noch in den Werften. Nichtsdestotrotz habe auch ich irgendwie den Sommer genutzt, habe mich ein bisschen sportlich betätigt, war viel im Allgäu Fahrradfahren und Wandern und habe jetzt was Wunderschönes entdeckt, nämlich Oberösterreich. Ich befinde mich hier gerade am Traunsee, habe gerade eine schöne Wanderung gemacht, der heißt Miesweg, ich weiß warum, der war echt mies. Aber wäre auch ein schöner Ausflug für Phoenix-Reisen gewesen. Auf jeden Fall höre ich hier das Wasser plätschern, ich fühle mich wie auf dem Schiff und wenn wir jetzt mal in diese Richtung schauen, dann könnte ich meinen, unser Morten Hansen sagt gleich, dass gleich die sieben Schwestern kommen. Wir fahren noch einmal Steuerbord und fahren dann in den Geiranger Fjord. Und ich würde dann sogar wieder mit euch auf den Berg unter den Wasserfall wandern. Also ich hoffe, wir sehen uns alle in alter Frische wieder. Bleibt gesund, Mund- und Nasenschutz, haltet Abstand und dann einfach bis bald. Habt euch alle lieb, eure Conny. Ciao.